Egal, weiter! Die machen wir heute noch und dann... ...soll es erstmal gut sein für heute. Ist da oben was? Muss ich bei der Block? Nein. Oder... ...hoffentlich hört man das jetzt nicht. Und tschüss! War nett, dich mal gekannt zu haben. Aber ich mochte dich eh nie Pils. Also von daher... Naja, wenigstens ist kein Hardcore. Ich spring von einem Block zum an... ...deren... ...nein, es ist... ...ich spring von einer Röhre aus dem Blumen kommen zur anderen. Es lief so gut, so gut. Okay. Dich will ich. Ich will dich, Pils. Ich will! Da runter! Mal schauen, was da unten so ist. Vielleicht finde ich einen geheimen Schatz oder so. Oh. Oh. Stirb. Ich möchte immer noch gern wissen, was das ist. Das... ...braun... ...haarigen, braunen Dinger... ...äh... 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 ...äh? Ach... ...näh, oder? Ich soll jetzt da drüber? Ach du Scheiße. Beten! Wow! Was? Oh, dann kann ich nicht mal mit dem Schildflütenpanzer kaputt machen. Ist das so eine scheiß Stahlkugel. Oh, ich hasse diese leeren Blöcke jetzt. Oh, klasse! Noch... ...mehr Sprünge. Toll! Sprünge. Und leere Kästen. Und leere Kästen. Oh, Mann. Jetzt werden sie wieder gemein, die Entwickler. Ich hab mich so gefreut, dass es gerade so schön wird. Und gemütlich. Keine Herausforderung ist. Schön einfach. So wie ich es mag. Und dann kommt wieder sowas. Und ja. Ha, ha. Ha, ha. Aber es hält sie... Ach, klasse. Das wollte ich doch jetzt als Schild nehmen. Leerer Block, ja. Du mich auch. Uiuiuiuiui. Ich mach's aber mal wieder zum... Was ist da oben? Da muss ich sowieso noch auf. Ah! 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 Wäre ich doch oben geblieben und hätte doch geschaut, was da unten ist. Aber nein! Ich muss es ja wieder wissen. Ah! Ah! Geh weg! Bist böse! Und hier! Das siehst du schon an in deinem fiesen Aussehen. Wursch! Weg! Moment, die kommt wieder zurück, oder? Ja! So, hinauf! Ne, hinauf komme ich nicht. Also runter. Hoffe ich. Und... Oh, super! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ah! 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 Super! Oh! Auch so Sachen mit mir zu machen. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht! Ui! 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 Vorsichtig! Vorsichtig! Ich kann das Ziel schon förmlich riechen. Das ist ja der Grund, warum ich's nie erreichen werde. Okay, da war doch noch irgendein Gegner, oder? Ah! Da kann ich nicht. Klasse, das heißt, ich muss einen normalen Sprung anwenden Geh weg, Pflanze, geh weg Tötet mich nicht Hey, oder gehst du nicht weiter runter? Du sollst runter Und du sollst weg, Pflanze Oh, ich hasse euch alle Nein, nicht rein, nicht springen, nicht in die Pflanze springen Das ist ungesund Soll ich dann aufkommen, ist da was Unsichtbares? Nein Hä? Soll ich, soll er über den Gegnern hinausspringen Doch, ich glaube, genau das soll ich machen Okay, warten wir noch, wie sie zurückkommt Ja, jetzt kann ich wieder unsichtbare Sachen sehen Och Ein Leben, das nehme ich mit Da ist nochmal nichts drin Und es hat mir also gar nichts gebracht Oh, klasse Doch, ein Leben Ein Leben Ja, ich habe ein Leben bekommen Gute Orte Und mein Leben Soll ich kommen Oh Ja Nein Warum will ich mich alles töten? Was habe ich euch denn getan? Ich habe doch gar nichts gemacht Sollten vielleicht mal eine Story einführen In der erklärt wird, was man denn getan hat Damit so viele Kreaturen hinter einem her sind Irgendwas muss man doch gemacht haben, oder? Ich brauche nichts sehen Ich spring einfach auf gut Glück, oder was? Sieht fast so aus, oder? Ah, jawoll So, also die Oh, ich hätte eine Blume kriegen können Wenn ich dann nicht neigesprungen wäre Ach Ah 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 Wieso hasst mich dieses Spiel so sehr? Oh Es hasst mich so sehr Ich habe mir noch gar nichts getan Der war mutig Der war mutig Alles Gute kommt von unten, ey Oh nein Nein Okay, weiter geht's Das Rapster immer so rumspinnen muss Ha, ha, ha Ich habe dich Habt euch Okay, also Wollen dann auf Dann wollen wir Nein, 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 nein Nicht an Abgrund Nicht in den Abgrund Der ist böse Der ist abgrundtief böse Mann, was für ein lustiger Wortwitz Und nicht in die Pflanze Da wollen wir auch nicht Beweg dich, komm Okay, wir wollen Okay, wir wollen, wir wollen Wollen wir dann auf? Wollen wir das? Da gab's ja nichts, oder? Ne, nur den Egal, ne, 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 wir mit Können wir uns wieder ein Leben holen Das hält viel zu kurz an, meiner Meinung nach Und Sophie Moi Ich hasse euch Und, oh nein, nicht noch mal sowas Na ja, ich bin doch nicht so blöd und lauf da jetzt da unten nahe Ich bin doch nicht bescheuert Langsam habe ich das Gefühl Die wollen mich verarschen mit ihren ganzen leeren Blöcken, ne? Ah, ja Okay Soll für heute reichen Ich mach dann Morgen früh weiter Oder Besser gesagt, heute Nachmittag oder so Ich bin jetzt oft genug da reingesprungen Und mach jetzt mal ne Pause Also Bis dann